Was ist die Atomare-Problematik in Japan für, nicht nur kontroversiell zur Zeit und danach, sondern für eine unglaubliche Lernsituation, die nicht natürlich allgemein war und wo die Menschen in Amerika viel zu wenig Informationen hatten, aber die haben das unterstützt, es gibt Grundfragen, noch im Jahr 1945, wie breit die Unterstützung für dieses Vorgehen war. Aber ich glaube, das müsste man noch erforschen, dass sofort damit auch ein Damage-Control begonnen wurde, wie klar war, was da wirklich passiert ist in Japan, nach diesen beiden Abwürfen. Und dass sich da eine Lobby gebildet hat, die geblieben ist. Und die dann natürlich auch über Kalkenkrieg aufgetreten ist und politische Brille und Wirbel gemacht hat und Schwierigkeiten gemacht hat. Die aber immerhin erreicht hat, dass erstens einmal es zu dieser Balance der Atommächte gekommen ist. Dass beide Seiten, glaube ich, erkannt haben, wie viel Damage und wie viel Destruktion da potenziell da ist und wo schon gebastelt wurde, das einzudämmen und unter Kontrolle zu halten. Und das halte ich für ganz wichtig, dass diese Leute natürlich nicht gemeinsam aufgetreten sind, sondern in ihren jeweiligen Lebenswelten agiert haben, ist das andere. Aber ich denke, da könnte man auch sehen, dass die Menschen dann doch mitgekriegt haben, was das für ein Damage machen kann. Und dass es nie zu einer zweiten Anwendung, einer dritten Anwendung, kann man sagen, von Atombomben gekommen ist, das ist ja fast ein bisschen verwunderlich. Krisen hat es ja gegeben und es hat auch knappe Situationen gegeben. Aber im Grunddenor war das auf beiden Seiten vorhanden. Und wenn man das weiterzieht, haben wir natürlich heute das Problem, wo immer noch 20.000 Sprengköpfe in der Welt existieren, dass das von den falschen Leuten irgendwie bedient wird. Diese Kontrolle scheint relativ gut zu funktionieren, weil das Know-how mit diesen Dingen ja sehr hoch ist. Die Terroristen bringen dann manchmal nicht mehr Bonden, sondern nochmal geschweige denn so etwas. Aber bei Schurkenstaaten und so weiter könnte das eine oder andere einmal durchbringen. Also die Bedrohung ist immer noch da, aber die Control ist wahrscheinlich noch stärker geworden, Damage Control. Das ist die Bedeutung von Hiroshima und Nagasaki. Und in die Gegenwart, in die Zukunft. Und da sind vielleicht sogar die Geheimdienste gut, weil die ja kontrollieren, was mit diesen Materialien passiert. Wie sie im Kaltenkrieg kontrolliert haben, dass sie sozusagen die Balance irgendwie behalten haben, damit nicht irgendjemand auf eine dumme Idee kommt. Damage Control. Dienstherr Magneto Vielen Dank.